Liebe Mitbürger in Bayern, in Schwaben, liebe Freunde im Unterallgäu. Das Jahr 2020 neigt sich seinem Ende zu. Es war kein gewöhnliches Jahr. Nicht für Sie, nicht für mich und nicht für die einzige echte Oppositionspartei im Bayerischen Landtag, die Alternative für Deutschland. Corona hat Bayern fest im Griff. Bürgerrechte sind weitgehend außer Kraft gesetzt. Ein Impfstoff wurde in Rekordzeit entwickelt. Und viele Menschen setzen ihre Hoffnung in dieses Mittel. Zu Recht wollen die Bürger ihr normales, selbstbestimmtes Leben zurück. Kann uns aber eine Impfung gegen Corona immun machen? Und welche Nebenwirkungen und Langzeitfolgen hat denn solcher Impfstoff? Das sind Fragen, die nicht nur die vielen Freigeister auf den Querdenker-Demonstrationen stellen. Es sind Bedenken, die besorgte Mütter, besorgte Väter, Krankenpfleger und auch Gesundheitsexperten teilen. Eines steht jedenfalls fest. Eine Impfung muss freiwillig bleiben. Jeder in Deutschland hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit und niemand darf zu einer Impfung gezwungen werden. Wir haben dieses Thema kürzlich auf die Tagesordnung gesetzt. Und wir haben die Gefahren aufgezeigt, die durch eine direkte und eine indirekte Impfpflicht drohen. Eine erste Fluggesellschaft hat bereits angekündigt, nur noch geimpfte Passagiere befördern zu wollen. Und es ist zu befürchten, dass bald weitere Einrichtungen wie Fußballstadien, Kindergärten und sogar Supermärkte folgen. Droht uns eine Zweiklassengesellschaft, bestehend aus Geimpften und Nicht-Geimpften? Einen solchen Impfzwang durch die Hintertür lehnen wir als Alternative für Deutschland ab. Die Altparteien wollten sich in der Debatte zu unserem Antrag nicht eindeutig äußern und konnten nur Ausflüchte machen. Wir versprechen Ihnen aber, die Alternative für Deutschland wird sich auch im kommenden Jahr für die Rechte der Bürger mit voller Kraft einsetzen. Das Grundgesetz gilt auch während der Corona-Krise, liebe Freunde. Werfen wir einen Blick zurück auf das Jahr 2020. Viel ist passiert. Mit hunderten Anfragen schauten wir den Harschenden auf die Finger. Und dabei konnten wir Erstaunliches aufdecken. In 35 Fällen nutzte die Polizei sogenannte Corona-Kontaktlisten von Gaststätten für strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Wenn Sie also künftig Ihre Kontaktdaten in einer Gaststätte hinterlassen müssen, dann können Sie auch davon ausgehen, dass sich für Ihre Daten nicht nur die Gesundheitsämter interessieren. Auch die Staatsanwaltschaft liest bei Bedarf mit. Der gläserne Bürger ist damit ein Stück näher gerückt. Aber nicht nur Datenschutz und Corona waren uns wichtig. Auch die Gefahren Islamismus und Überfremdung sowie die Kosten der ungebremsten Massenzuwanderung waren unsere Themen. Wir fanden heraus, dass über 13 Millionen Euro Kosten jährlich durch sogenannte unbegleitete Minderjährige allein in Schwaben verursacht werden. Umgerechnet muss der bayerische Steuerzahler damit rund 5000 Euro für jeden minderjährigen Asylanten pro Monat bezahlen. Und wie viele dieser angeblichen Minderjährigen sind aber in Wahrheit volljährig? Die Regierung weigert sich. Sie weigert sich, dies mit medizinischen Methoden festzustellen. Viel lieber verlässt sich das Innenministerium auf die eigenen, oftmals falschen Angaben der Zuwanderer. Weiterhin konnte ich herausfinden, dass eine deutschfeindliche Straftat in Lindau instrumentalisiert wurde. Eine Afrikanerin beleidigte ihren Vermieter und ihre Nachbarn mit den Worten, ihr Scheißweise. Die Polizei erfasste anschließend die Taten der Statistik als rechtsmotiviert. Wer also künftig von angeblich rechten Straftaten hört, sollte nicht gleich an Demonstranten mit Deutschlandfahnen denken. Ihr Scheißweise aus dem Munde einer Afrikanerin zählt denn nach der Meinung der Regierung auch zu den rechten Straftaten. Der von den Harschenden geführte Kampf gegen Rechts hat den Gipfel der Absurdität erreicht. Viele weitere, aufschlussreiche Anfragen, mit denen ich die CSU-Frei-Wählerregierung durchlöchert habe und weitere interessante Informationen finden Sie auf meiner Internetseite www.mayr-christoff.de Corona war und ist 2020 aber das Thema, das uns am meisten im Landtag beschäftigt hat. Bereits im Mai initiierte unsere Fraktion einen Untersuchungsausschuss, der die verfassungswidrigen Maßnahmen der Söder-Regierung in der Krise aufdecken sollte. Sowohl die Grünen, die SPD als auch die FDP versagten uns aber hierfür ihre Unterstützung. Weil uns dadurch die nötige Stimmenanzahl im Landtag fehlte, konnte der Untersuchungsausschuss nicht eingesetzt werden. Gefreut hat dies vor allem die Staatsregierung, die viele rechtswidrige Machenschaften in der Corona-Krise nun unter den Teppich kehren kann. Es war für mich auch eine Selbstverständlichkeit, nicht nur im Landtag, sondern auch auf der Straße für Bürgerrechte einzustehen. In München nahm ich an einer Grundrechte-Demo teil. Entgegen dem Bild, das Markus Söder von den Menschen dort zeichnet, verlief der Protest kreativ, harmonisch und absolut gewaltfrei. Liebe Mitbürger, liebe Bürger in Bayern, in Schwaben, schauen wir nach vorne. Wir befinden uns inmitten eines sogenannten Shutdowns. Dieser soll nach Ankündigung von Söder bis nach Weihnachten und Silvester anhalten. Ich halte diesen Shutdown für unverhältnismäßig und für rechtswidrig. Aus den Situationsberichten des Robert-Koch-Instituts geht hervor, dass sich Menschen zum ganz überwiegenden Teil am Arbeitsplatz und im Privaten anstecken. Vom Shutdown sind aber diese beiden Bereiche des Lebens gerade ausgenommen. Vor allem Gastronomen kämpfen jetzt um ihre wirtschaftliche Existenz. Und es ist nicht einzusehen, wieso Wirte in den Ruin getrieben werden, wo doch nachweislich von deren Lokalen keine übermäßige Ansteckungsgefahr ausgeht. Und schon gar nicht ist einzusehen, dass Fußballmillionäre in der Bundesliga dringend benötigte Testkapazitäten in Beschlag nehmen, während den einfachen Leuten der Vereinssport untersagt wird. Mit Brot und Spielen wird auch diese Regierung den mündigen Bürgern nicht vom freien Denken abhalten. Das große Zusperren der Söder-Regierung ist jedenfalls weder geeignet noch erforderlich und damit unverhältnismäßig Corona einzudämmen. Viel sinnvoller ist der Umgang mit Corona wie in Schweden oder die Stadt Tübingen vorleben. Hier werden keine hysterischen übertriebenen Maßnahmen ergriffen, sondern unter Beachtung des Gebots der Verhältnismäßigkeit ein verstärkter Schutz für diejenigen Risikogruppen angeboten, die das auch wollen. Auf keinen Fall dürfen wir es zulassen, dass unsere Grundrechte, die die bürgerliche Gesellschaft in den vergangenen Jahrhundert so mühsam erkämpfen musste, heute ausgehöhlt oder gar außer Kraft gesetzt werden. Ich bitte Sie daher, sich der Initiative www.schützt-die-freiheit.de anzuschließen. Die Aktion soll über ein Volksbegehren sicherstellen, dass unsere Bürgerrechte geschützt und garantiert werden. Geben wir dem Volke seine Stimme zurück. Zum Jahresende möchte ich Dank sagen. Ich danke allen, die sich für die gute Sache, für Bürgerrechte und für unser Volk auch in diesem Jahr eingesetzt haben. Der Weg ist oft mühsam und beschwerlich. Aber die Freiheit und unser kulturelles Erbe sind es wert. Ganz besonders bedanke ich mich bei allen Mitstreitern aus meinem Kreisverband Unterallgäu-Memmingen. Ich wünsche Ihnen eine fröhliche Weihnachtszeit und schon jetzt einen guten Start in das neue Jahr 2021. Bleiben Sie sich und unseren patriotischen und freiheitlichen Werten treu, Ihr Christoph Mayer